herzlich willkommen zurück bei die Sims 4 ja in der letzten folge wollte er denn in den Auftritt führen aber er hat es nicht geschafft weil seine Fähigkeiten zu schlecht waren außerdem hat Emilia dieses tolle Bild gemalt klommen Bord mit Blumen habe ich beim letzten Mal vergessen zu beschriften so und um ja das war's dann glaube ich bei der letzten Folge los geht's so Emilia macht sauber lass aber bloß Teller heile gut denn hier schläft schlafte noch ein bisschen Ok die Wende sieht die Schick-Karl ausfindig die Kulte aus ok ok die Emilia macht sauber das ist schön gut denn hier denn hier hat sich aufs Ohr gehauen was will zu nennen könnte man auch tanzen einschalten äh pop Das war's für heute. Ja, ich will ja tanzen zur Musik. Das ist doch mal schön. Bisschen Partstube machen. Das ist aber tolle Musik. Ich mag die Melodie. Können wir ein bisschen anlassen. Was trinkst du? Ah, ein Saft. Das ist gut. Das ist ein tolles Lied, finde ich. Mir gefällt es. 15 Tage noch bis... Ach, hier kann man die ganzen Statistiken sehen. Naja, dann gucken wir uns irgendwann mal an. Naja, die beiden schlafen noch. Hören wir uns ein bisschen Musik an. Das ist der. Naja. Ja, du hast nichts zu tun. Na gut, dann. Weil du mein Bild. Impressionistisches Bild für 100. Naja. 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 so was weiß ich für ein tolles bild ach ein kinderbild sieht doch schön aus das gefällt mir auch ich bin so erfinderisch kreativ naja ok mach das noch fertig dann gehst du aufs zöpfchen kannst du dich schlafen legen bis nacht über wach denn jetzt gleich ausgeschlafen abdrücken gut da war nicht der wasser verschwenderer macht man doch nicht nicht so schlimm es geht kann auch wenn es nur nur das pipi ist dann brauchst du nicht abdrücken ach ich hör die musik bis hier im bad ach sie hat was so schnell gedämpft so 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 Guter Gamer, von Beruf an die Wohngegeben der Nachbarn ja, das stimmt schon, das stimmt schon wo ist das? das ist das? Luisa Bach, Lüterbach, kenne ich nicht, naja, ok wo bist du? ok das geht an, na gut so, du bist da! ähm ja, wo so, vom Ding-Solo-Schwärme das war der Ausfall Ja, über die Darüber kannst du auch reden Also, ja, ich habe das Geld Ich habe Geld Und das nicht wenig Ich bin ja nämlich Simtuber Simtuber? Ja, ein Format Sollte dir mal ansehen So, ich mache Musik Für mein Entertainment Kannst du dir mal ansehen, wenn es dir gefällt Also, schlägst du ein wie so ein Panzer Also, naja, ich muss ein bisschen üben Mit dem Panzer kann zu viel erreichen Wie? Ach ne, ich habe auf meine Art Sag jemand anderes in deinem Theater, dann schaffst du das auch Ja, ich bemühe mich Ich habe irgendwie Hunger auf Macaroni Also auf Käse-Sentwich Ich bin nicht so der Fer, wenn es dir schmeckt Schön, dass ich dich kennenlerne So, wir sind vor einer ganzen Weile hier umgezogen Und ja, dann hat die Sonne noch geschienen Und jetzt ist es so schön hier Du darfst auch ein bisschen Sport machen Jep, das solltest du Das ist gut Das ist gut Also, ich bin nicht so der Freund davon Ach Ach Ich muss mal ganz kurz unterbrechen Ich muss ja nämlich auf Toilette Bis gleich Ja, Football mag ich Puh, also interessant Hat also Bill Komitee kennengelernt Und hier rennen ständig Leute rum Wer bist du denn? Ich kenne dich Ich kenne dich Carolin Brandenburg Frag mich woher die Ja, okay, den konnte ich nicht so schnell lesen So, sitzen Gut 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 Tag verschönern Freundlich Fetzel ne Geschichte erzählen Ja, ich hab mein Märchenhaus gesehen, das war so schön Aber Das war so groß Da In so ne große Schlosswohnung will ich auch mal wohnen, wenn ich berühmter geworden bin So groß Vier Badezimmer in jedem Etage Ach, dann bin ich dann erster Fett Bis steppen kann ich nicht steppen kann ich nichts kreffen Ich schau dich auf mein Smartphone In Ordnung Mal sehen, was wird Du musst nimm ne Kamera mit Du solltest bisschen zu lauter sein, sonst hört man dich vielleicht nicht so doll Ja, stimmt Gut, dann werde ich meine leisen Dinger, meinen leisen Auftritt in den Müll schmeißen und an die Lauten arbeiten Ich bedanke mich Ok Nächstes Mal spendierst du mir eine Dose, wenn wir das nächste Mal sehen, in Ordnung Ach, das war so gut, den merke ich mir Hohohohoho, Quaby So, fahr nach Hause, wieder gut Hm Ja Gut, dann haben wir schon mal einen neuen Mann, eine neue Person kennengelernt in unserer Nachbarschaft Dann kann die Freundschaft der Stadt nur so erstrahlen Während Frösche versteckt werden Na gut Gangarten werden improvisiert So, gut Bist du angekommen? Ja Gut Du solltest mal kurz was essen Öffnen Trink mal das Trink mal das Gut Na gut, wie die, wie es weiter gehen wird Was die beiden erleben werden Ob Daniel noch weitere Freunde kennen lernt Ob Emilia weiter tanzen wird Das ist das alles und noch viel mehr Werdet ihr in der nächsten Folge von Die Sims 4 erfahren bis dahin Tschüüüüüüüüüüss Untertitelung des ZDF, 2020